hallo meine lieben ja willkommen zum neuen video und zwar zur challenge was wir heute ziehen ich habe einen zettel in der hand ATC ja und zwar machen wir ATCs fertig ich habe mich diese vier karten ich will auf die tische aufräumen die will ich jetzt mit euch dekorieren also seit ein kurzes video entschuldige dazu hatten wir und bitte googeln wir jetzt gemeinsam ich muss das durchmachen einfach zwei emojis stress drauf so 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 und wir haben sie fertig dekoriert genau so und hab ich ein bisschen mein tisch ein bisschen aufgeräumt ich hoffe das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video ciao so